Jetzt zu einem weiteren unheimlichen Kapitel der deutschen Geschichte, allerdings der neueren deutschen Geschichte und der Frage, war es wirklich Selbstmord? Haben die beiden NSU-Rechtsterroristen Böhnhardt und Mundlos sich selbst erschossen, so wie es die Bundesanwaltschaft sagt, oder wurden sie ermordet? Und wenn ja, von wem? Und welche Rolle spielt dabei der Verfassungsschutz? Wolfgang Schorlau, der Krimi-Autor mit der Spezialität für die wahren und sehr akribisch recherchierten Fälle, er hat zum Beispiel schon einen Roman geschrieben über das Münchner Oktoberfestattentat, der hat gestern einen neuen Roman rausgebracht, genau über dieses Thema, den NSU. Und dieses Stück Literatur orientiert sich so nah an den Fakten, dass es, obgleich fiktional, genau die richtigen Fragen auch in der Wirklichkeit stellt. Zum Beispiel, war es wirklich Selbstmord? In diesem Camper sollen sich die Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt erschossen haben, so die offizielle Version ihres Todes. Doch ein Foto vom toten Uwe Mundlos gibt Rätsel auf. Das hat den Schriftsteller Wolfgang Schorlau misstrauisch gemacht. Hinter ihm, wo eigentlich Blut und Gehirnmasse sein müsste, sehen Sie nicht, das ist klinisch rein. Normalerweise müsste hier ein Kilo Hirn irgendwo an der Wand sein. Nun, das ist eigentlich der Beweis dafür, dass Uwe Mundlos sich so nicht erschossen haben kann. Wolfgang Schorlau ist berühmt für seine Krimis über reale Fälle. Dabei hält er sich immer streng an die Fakten. Für seinen Roman über den NSU hat er so gut recherchiert, dass er vom Parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Baden-Württemberg als Experte befragt wurde. Akribisch geht er den vielen Ungereimtheiten rund um den NSU nach und vor allem der dubiosen Rolle des Verfassungsschutzes. Schorlaus Held, der Stuttgarter Privatermittler Georg Dengler, hat den Auftrag herauszubekommen, wer Böhnhardt und Mundlos getötet hat. Die offizielle Darstellung, als der Camper von zwei Streifenpolizisten entdeckt wird, tötet der eine Terrorist den anderen, legt Feuer und begeht Selbstmord. Und das alles soll sich in höchstens 30 Sekunden abgespielt haben. Innerhalb von den 30 Sekunden, die dort überhaupt nur zur Verfügung stehen, kann das alles nicht passiert haben. Das heißt, ich weiß, wie es nicht war. Ich weiß, dass die offizielle Story sicherlich falsch ist. Eine weitere Merkwürdigkeit, statt den Tatort sorgfältig zu untersuchen, lässt die Polizei den Camper abtransportieren und unbewacht in einer Garage abstellen. Man könne hier bei der Vertuschung eines Verbrechens zusehen, sagt Schorlau. Ich vermute stark, dass die beiden außerhalb des Campers getötet wurden, erschossen wurden, jeweils mit einem Kopfschuss, einem sogenannten Grönleinschuss. Ihre Leichen wurden in den Camper gebracht, dort hingesetzt. Das erklärt, warum man das Gehirn nicht gefunden hat, warum es kein Blut hinter dem Kopf und Mundlos gab. Bei der Suche nach dem Täter kommt Schorlau auf die Spur des Verfassungsschutzes in Thüringen. In den 90er Jahren hat die Behörde den Chef des Thüringer Heimatschutzes Tino Brandt als V-Mann geführt, ihm Geld gegeben und ihn wohl auch vor Strafverfolgung geschützt. Damit hat die Behörde indirekt den Thüringer Heimatschutz, die Brutstätte des NSU-Trios unterstützt, sagt Hajo Funke, Autor des Sachbuches Staatsaffäre NSU. Der Thüringer Verfassungsschutz hat einen immensen Beitrag dafür geliefert, dass überhaupt diese NSU-Gruppe hat entstehen können. Natürlich, dadurch, dass er systematisch den Thüringer Heimatschutz, die Vororganisation, hat laufen lassen und sich entwickeln lassen. Zum Teil mit dem Geld des Steuerzahlers aus Thüringen. Doch was wussten die Verfassungsschützer, nachdem das NSU-Trio abgetaucht war und mit dem Morden begann? Zehn Menschen tötete? Auch hier häufen sich merkwürdige Vorkommnisse. Während des Mordes in diesem Internetcafé in Kassel war sogar ein Verfassungsschutzbeamter am Tatort und will als einziger Zeuge nichts gesehen und gehört haben. Heute weiß man, der NSU war praktisch von V-Leuten umstellt. Waren die Behörden zu unfähig, um den NSU-Terror vor ihrer Nase zu erkennen? Hajo Funke hält eine andere Hypothese für plausibler. Man hat die Szene beobachtet. Man ist an die Spitzen der Szene gegangen und hatte es gut im Auge. Und man musste ja auch ein bisschen mittun, das ist ja die Logik dieser Verbindungsleute oder V-Leute. Dann passiert der erste Mord. Und nun ist die große Entscheidung, deckt man das Ganze auf und schließt damit ein, die Mitschuld der bislang diese V-Leute mit unterstützenden Institutionen oder versucht man es zu verdecken? Hajo Funke hält es für wahrscheinlich, dass der Schutz der Behörde vor Aufklärung und der Verhinderung weiterer Morde ging. Auch der Kriminalautor Schurlau folgt dieser Theorie. Wissen Sie, Mörder gibt es immer. Das wird man nicht abschaffen können. Aber dass Mörder offensichtlich von Staatsseite gedeckt werden, das ist das, was mich fassungslos macht. In seinem Krimi geht Wolfgang Schurlau sogar wesentlich weiter. In der Fiktion sind Böhnhardt und Mundlos V-Leute des Verfassungsschutzes, die von der Behörde selbst aus dem Weg geräumt werden. Wie es tatsächlich gewesen ist, weiß höchstwahrscheinlich diese Frau. Ob Beate Zschäpe aber mit ihrer jetzt für Dezember angekündigten Aussage zur Aufklärung beitragen wird, ist die große Frage. Das ist die große Frage. Was glauben Sie, wird Zschäpe zur Aufklärung beitragen? Ich bin skeptisch. Die Frau hat bislang geschwiegen. Sie will jetzt auspacken, was auch immer das bedeutet. Ich nehme an, dass sie retten will, was zu retten ist. Das sie zur Aufklärung beitragen, glaube ich, erst, wenn sie es getan hat. Und Sie sind ein Mann, dem man in dieser Thematik vertrauen kann. Sie kennen sich damit bestens aus. Seit fast 250 Tagen sitzen Sie in diesem Gerichtssaal, denn Sie sind ein Anwalt, ein Opferanwalt. Sie vertreten zwei Opferfamilien. Herzlich willkommen, Mehmet Daimagüder. Vielen Dank. Jetzt mal ganz unabhängig von Zschäpe und das, was da eventuell auf uns zukommt. Wir haben ja jetzt gerade gesehen, selbst die Literatur, es werden ganze Romane über den NSU-Komplexen zwischengeschrieben. Was halten Sie davon als Opferanwalt? Was kann die Literatur vielleicht sogar, was das Gericht nicht kann? Wir Juristen müssen uns an Fakten halten, an dem, was ermittelt wird. Deswegen gibt es eine Gerichtsverhandlung, deswegen gibt es über 500 Zeugen bislang. Literatur kann eben das, was wir nicht können. Es kann fantasieren, es kann überspitzen, es kann zuspitzen, es kann Dinge zu Ende denken, aber es bleibt Literatur. Und unser Job ist eben zu schauen, dass wir das, was auch immer die Wahrheit ist, dass wir der möglichst nahe kommen. Nun ist es ja in diesem Buch, was wir gerade vorgestellt bekommen haben, gibt es Thesen. Es sind auch nicht alles Thesen, die so bewiesen sind, sondern wie der Autor selber gesagt hat, wir wissen vor allem, was wir nicht wissen. Und trotzdem, die Rolle des Verfassungsschutzes, ist das glaubhaft für Sie, was wir gerade im Beitrag gesehen haben? Naja, also wir haben nach über 200 Verhandlungstagen, 250 Verhandlungstagen eigentlich ein ziemlich desolates Bild vom Verfassungsschutz. Wir sehen einen Verfassungsschutz, der nicht beiträgt zur Aufklärung, der Akten schreddert, der Nazi-Zeugen mit einem Anwalt ausstattet, der dann vor Gericht aufkreuzt. Dieser Verfassungsschutz ist eine Institution, die kein Vertrauen schafft, sondern Vertrauen zerstört. Ich kann mir vieles dessen, was wir heute erleben, hätte ich mir vor drei Jahren nicht vorstellen können. Aber das ist natürlich eine Konstellation, die gezeichnet wird. Der Staat als Mörder, der mir als Anwalt, als Bürger, eben unvorstellbar ist eigentlich. Nun halten wir mal in der Realität fest, der Verfassungsschutz trägt zumindest nicht so zur Aufklärung bei, wie er es mutmaßlich könnte. Deswegen gibt es ja auch einen zweiten Untersuchungsausschuss im Bundestag, der soll gerade den Verfassungsschutz zum Thema haben. Wenn wir jetzt davon ausgehen, es geht nicht mehr um grobe Schlamperei, sondern um systematische Vertuschung, dann stellt sich natürlich die Frage, welches Interesse haben deutsche Behörden daran, eine rechtsextreme Terrorgruppe zu unterstützen? Ob sie es unterstützt haben, wissen wir nicht. Das ist eine Theorie. Es kann auch einfach so sein, dass eben Wahnsinn geschlampt wurde von Seiten der Sicherheitsbehörden und dass diese Schlamperei eben nicht an die Öffentlichkeit kommen soll. Wir haben ja umfangreiche Aktenstellereien gehabt und das muss schon irgendeinen Grund haben, warum sie es getan haben. Eine andere Möglichkeit, die mir plausibel erscheint, ist, dass einer der drei zeitweise als V-Mann gearbeitet hat. Auch das ist natürlich ein Umstand, der nicht an die Öffentlichkeit kommen sollte aus dem Blickwinkel der Verfassungsschutzbehörden. Aber nochmal zu sagen, der Staat ist in Morde involviert und vertuscht, das ist natürlich eine Dimension, die wir bislang im Gerichtsverfahren nicht belegt haben. Jetzt fragt man sich natürlich, wir wissen ja weder, ob es so war oder ob es nicht so war. Der Verfassungsschutz könnte ja zur Aufklärung beitragen, aber er sagt auch, hier geht es um Staatsgeheimnisse, wir können es nicht. Das heißt, wir müssen damit leben, dass wir es nie erfahren? Nein, wir müssen damit nicht leben. Deswegen machen wir ja Druck. Deswegen machen wir einen Beweisantrag nach einem anderen im Gerichtssaal. Deswegen versuchen wir als Anwalt, Anwälte auf dem juristischen Wege Aufklärung zu schaffen. Aber wir haben natürlich auch gesehen, dass auf politischer Ebene nicht locker gelassen wird. Dieser zweite Bundestags- und Unternehmungsausschuss ist sehr, sehr wichtig. Und die dritte Säule, auf die wir Anwälte auch bauen, ist der Druck der Öffentlichkeit und der Medien. Wir haben nach 250 Verhandlungstagen immer noch eine Pressetribüne, die jeden Tag voll ist. Wir haben jeden Tag Zuschauer da, wir haben Schulklassen da. Das ist ein Bild, das mir als Bürger Hoffnung gibt. Aber wir dürfen nicht lockerlassen. Ich glaube, dass die Verfassungsschutzbehörden, Teile der Verfassungsschutzbehörden genau darauf setzen, dass die Öffentlichkeit irgendwann so zermürbt ist oder desinteressiert ist. Man hat ja auch genug andere Probleme, dass man irgendwann das abhackt. Aber auf eine Sache können sie sich verlassen. Wir Anwälte werden das nicht abhacken, wir werden weitermachen. Jetzt fragt man sich natürlich, was lernen wir daraus? Also so oder so, was am Ende dabei rauskommt, es ist jetzt mal noch offen, aber was lernen wir unter anderem auch aus der Entstehung einer rechtsextremen Terrorzelle in Deutschland, in die der Verfassungsschutz zumindest mittelbar verwickelt ist? Die kommt ja nicht von ungefähr. Jetzt haben wir gerade aktuell wieder fremdenfeindliche Bewegungen. Es gibt Pegidisten, es gibt Anschläge auf Flüchtlingsheime. Ist das der Nährboden für die nächste rechtsextreme Terrorzelle? Ich glaube, das ist ein Punkt, der im Gerichtsverfahren, aber auch in der Politik zu kurz gekommen ist. Was hat eigentlich aus mundlosen Böhnhardt Mörder gemacht? Ich habe Bilder gesehen in den Akten von den beiden als Kinder, 13, 12 Jahre alt. Das waren Jungs, die auf dem Sofa mit der Mutter herumalberten oder auf dem Spielplatz. Das waren keine Mördergesichter, sondern ganz normale, nette, liebe Kindergesichter. Und nur drei, vier, fünf Jahre später, das ist ja gar nichts, fünf Jahre später, sehe ich die gleichen Männer, diesmal kahlgeschoren, Bomberjacken, Springerstiefel, Heil Hitler schreiend. Und was passiert ist in den Jahren dazwischen, ist die Gesellschaft. Wir, wir hatten damals Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre eine hasserfüllte Debatte über Asylbewerber. Und wir haben eine Debatte, die heute ähnlich ist, ähnlich hasserfüllt. Und was ich gelernt habe als Bürger ist, dass wir a. nach den Ursachen schauen müssen und b. eben nicht schweigen dürfen. Wenn wir schweigen und Dinge geschehen lassen, dann machen wir uns mitschuldig. Und das ist das, was ich gelernt habe. Ich habe damals, als ich von den Mord in der Zeitung las, schon mit den türkischen Freunden immer gesagt, naja, das waren wahrscheinlich Nazis, aber wir waren einfach zu feige. Vielleicht auch zu opportunistisch aufzustehen und zu sagen, Moment mal, wir haben ein Rassismusproblem. Wenn wir was gelernt haben aus dem NSU ist, dass wir nicht mehr schweigen dürfen. Ich hätte gerne zum Abschluss noch eine persönliche Frage gestellt. Sie sind, Sie haben selber schon gesagt, Integration wurde mir selber immer schwer gemacht. Ich galt immer nur als der Türke mit deutschem Pass, haben Sie mal gesagt. Sie sind jetzt in einem Umfeld, wo Sie eben sehr plausibel erzählt haben, wie schwierig das ist, auch mit fremdenfeindlichen Bewegungen umzugehen. Und Sie stecken bis zum Hals in diesem rechtsextremen Terrorprozess. Warum tun Sie sich das an? Es ist mein Beruf und es ist meine Berufung. Ich glaube, es ist wichtig. Ich glaube, das ist wichtig für uns als Gesellschaft, für unser Land. Aber es ist auch für mich persönlich wichtig, dass ich abends ins Bett gehen kann und sagen kann, ich habe meinen Teil beigetragen. Dieser Prozess wird uns wohl noch einige Jahre begleiten. Sie wird er schon nächste Woche wieder begleiten. Am Donnerstag ist die nächste Verhandlungsrunde. Im Sinne der Aufklärung viel Erfolg. Mehmet Dalmar-Güller. Vielen Dank. Inwiefern kann man denn sagen, dass der Thüringer Verfassungsschutz mit dazu beigetragen hat, dass so etwas entstehen konnte wie der NSU? Der Thüringer Verfassungsschutz hat einen immensen Beitrag dafür geliefert, dass überhaupt diese NSU-Gruppe hat entstehen können. Natürlich. Dadurch, dass er systematisch den Thüringer Heimatschutz, die Vororganisation, hat laufen lassen und sich entwickeln lassen. Zum Teil mit dem Geld des Steuerzahlers aus Thüringen. Warum haben die das gemacht? Wenn ich das wüsste, warum sie es gemacht haben, dann wäre ich ein Schritt weiter. Das wissen wir noch nicht. Sicher ist, dass man ein inneres Auge in den rechtsextremen Szenen haben wollte. Das ist auch aus der Logik der Verfassungsschützer und der Ermittlungsbehörden, der Polizei verständlich. Aber sehr schnell ist dann Folgendes passiert. Man hat geglaubt, man kriegt dann ein besonderes inneres Auge, wenn man an die Spitzen der jeweiligen neonazistischen Gewaltzentren Leute platziert. Zum Teil haben sie nur abgehört oder mitgehört und zum Teil waren sie aktiv. Tino Brand gehört zu den Aktiven. Es gibt noch andere. Das heißt, der Verfassungsschutz muss sich den Vorwurf machen lassen, dass seit den frühen 90er Jahren er die Szene unterwandert hat und zum Teil mitgesteuert hat. Als der NSU in den Untergrund gegangen war, was wussten die Verfassungsschützer? Die Verfassungsschützer wussten eine ganze Menge. Sie tun heute so, als sei dann diese Gruppe verschwunden. Das ist so nicht der Fall. Es gibt von April 2000, da waren sie schon fast zwei Jahre untergetaucht, vom sächsischen Innenministerium entgegengenommen, vom sächsischen Landesamt für Verfassungsschutz, eine Bitte um eine Maßnahme zur Ausforschung dieser Dreiergruppe. Und die Begründung ist, da sind welche auf dem Weg in den Terror. Das Wort Terror wurde verwandt. Und man hat auch die Mittour genannt, die auch zu den späteren zentralen Mittouren weitergezählt werden. Zum Beispiel ein Thomas S. aus Sachsen. Was werfen Sie dem Verfassungsschutz vor? Also immerhin, er nimmt ja das Staatswohl wahr, oder? Man hört, das Bundesamt sei ein Dienstleister der Demokratie. Übrigens seit Beginn. Das kann man glauben oder auch nicht. Es sei transparent. Dafür spricht nichts. Also, was der Verfassungsschutz vorhatte, hat jedenfalls nicht der Sicherheit gedient, sondern er hat ein totales Versagen der Sicherheit mitbefördert. Und zwar in der Aufdeckung der Mordserie zu einem frühen Zeitpunkt. Wenn man anders aufgestellt hätte, hätte man sie früher entdecken können. Und auch in der Verhinderung der Aufklärung dieser Mordserie. Der Verfassungsschutz wusste mehr, als er wissen durfte und hat nicht das Angemessene getan. Das zeigt sich immer wieder. Es gibt eine ganze Kette an Indizien. Der Charakter dieses Verfassungsschutzes ist außerhalb des Rechtsstaats. Er macht, was er will. Er hat sich verselbstständigt. Das zeigt diese Affäre. Es ist deswegen eine Staatsaffäre. Er hat zugelassen, dass V-Leute ihr Unwesen treiben. Er hat zugelassen, dass diese V-Leute sogar geschützt werden, wie Herr Nocken vom Verfassungsschutz Thüringen gesagt hat, geschützt werden als absoluter Quellenschuss. Das ist mehr als sozusagen, ich will wissen, was am Wochenende dann die Rechtsextremen tun. Und Tino Brandt wusste auch mehr. Er wusste auch durch die ganze Zeit des Untergetauchtseins der Mordserie im Grunde über die Bescheid. Dafür sprechen eine ganze Kette von Indizien. Auch wenn er das belügt. Aber das ist Teil dieser Verdeckungsarbeit. Wir wissen nicht einmal, wann er wirklich abgeschaltet worden ist. Offiziell ist er 2001 abgeschaltet worden. Das heißt, es gibt ein solches Schattenreich unkontrollierter Tätigkeiten, Zugänge, Interessen, Motivation, zum Teil nicht einmal zusammengeführt, dass man nur sagen kann, es ist ein Schattenreich, das der Sicherheit nicht dient, sondern das Gegenteil, die Sicherheit gefährdet. Wir brauchen Institutionen, die kontrolliert werden, die rechtsstaatlich von der Legislative und der internen Fachaufsicht kontrolliert werden. Und solange das nicht der Fall ist, und das ist bis heute nicht gesichert, kann man mit einem solchen Verfassungsschutz als im Sinne eines Schutzes der Verfassung nicht umgehen. Muss sich ein Verfassungsschutz so etwas anhören, dass Sie im Roman da auf einmal auch als Mörder dargestellt werden, auch wenn gesagt wird, dass es uns klar ist, dass es Fiktion ist? Ob Sie sich das anhören müssen, das steht Ihnen nicht zu, das zu entscheiden. Sie sind damit konfrontiert. Was die Sache anlangt, gehe ich davon aus, dass es sich nicht so zugetragen hat, wie es verkündet wird. Und das ist der Grund, warum der Thüringer Untersuchungsausschuss da weiter dran rührt und zu immer neuen Erkenntnissen kommt. Und inzwischen gehe ich davon aus, dass das kein doppelter Selbstmord war. Das heißt, dass es vermutlich oder sogar wahrscheinlich andere waren, die mitgeschossen haben oder die die entscheidende Tötung vorgenommen haben. Wer diese anderen sind, wissen wir schlicht noch nicht, jedenfalls nach dem Stand, den wir haben. Und das ist natürlich nicht der Stand derjenigen, die im Umfeld der Wissenden sind. Und es gibt viele, die es wissen müssten. Mein Eindruck ist, angesichts des erneuten Drucks der Öffentlichkeit und der Institutionen, dass das irgendwann, gerade auch weil die Thüringer die besten Ermittler sind, herauskommen wird. Es ist denkbar, dass die Polizei dabei war. Es ist denkbar, dass der Verfassungsschutz dabei war, wie immer in Thüringen, jedenfalls in diesen bisherigen 20 Jahren bis 2011. Es können auch konkurrierende Gruppen gewesen sein. Warum weiß der Onkel der ermordeten Kiesewetter alsbald, dass das vielleicht mit, dass der Kiesewetter-Mord mit diesen Rechtsextremen zu tun hat? Weiß die Polizei womöglich auch mehr über die Bedingung der Tötung dieser beiden, nachdem sie, diese beiden, Kiesewetter auf dem Gewissen hatten? Also das ist eine Black Box, was da in den Thüringer Sicherheitsbehörden gedacht und getan wurde. Es ist nach wie vor eine Black Box. Nur, wir wissen sicher, dass es so, wie es vorgestellt worden ist, nicht mehr stimmt. Oder nie gestimmt hat, besser gesagt. Ist es denn legitim, solche Spekulationen anzustellen? Oder was ist denkbar, solange man diese Sachen nicht weiß? Es gibt drei Szenarien. Das eine ist, die Mordserie ist auch entscheidend von Leuten aus den Sicherheitsbehörden, etwa den Verfassungsschützern, ausgetüffelt und begleitet worden. Dafür spricht bislang sehr wenig. Dann gibt es das umgekehrte Szenario, dass man im Grunde, dass das eher zufällig war, eine Kumulation von Missgeschick aller Behörden. Dafür spricht inzwischen auch immer weniger, nachdem die Behörden selbst nichts Entscheidendes zur Aufklärung beigetragen haben. Sowohl in der Zeit der Mordserie als auch danach, mit gewissen Ausnahmen. Aber insbesondere keine Aufklärung durch die Verfassungsschützer erfolgt ist, weil sie sich das verbeten haben. Sie haben es sogar geschafft, obwohl man einen extra Sonderermittler eingerichtet hat, die Geschichte des Corelli, eines der zentralen V-Männer des Bundesamts für Verfassungsschutz, nicht an die Öffentlichkeit bringen zu lassen. Es gibt einen 300-seitigen Bericht und was wir sehen, sind 28 oder 29 Seiten. Und man hat zwei, drei Leute herausgenommen, die man öffentlich, die Montag, Jesse Montag, der Sondermittler, öffentlich darstellen darf. Das ist absurd. Die haben 270 Seiten rausgestrichen. Wo haben wir denn sowas? Nachdem zunächst gesagt wurde, zugesichert worden ist, man darf diesen Bericht bis auf wenige Streichungen veröffentlichen und zu Gesicht bekommen. Nein, da ist es ein Machtkampf gegen die Wahrheit. Das Bundesamt selbst hat eine Anzeige gegen eine Teilveröffentlichung durch irgendeine Zeitung in Deutschland eingebracht. Da sehen Sie, wie man verdecken will und wie systematisch man verdeckt. Und Sie haben gesagt, es gibt drei Möglichkeiten, Sie haben jetzt zwei genannt. Was ist denn die dritte Möglichkeit? Die dritte, für die es eben eine Reihe von Indizien gibt, weswegen man auch von diesem Szenario im Denken über das, was wirklich geschehen ist, ausgehen können muss, ist, man hat die Szene beobachtet. Man ist an die Spitzen der Szene gegangen und hatte es gut im Auge. Und man muss ja auch ein bisschen mittun, das ist ja die Logik dieser Verbindungsleute oder V-Leute. Dann passiert der erste Mord. Und nun ist die große Entscheidung, deckt man das Ganze auf und schließt damit ein, die Mitschuld der bislang diese V-Leute mit unterstützenden Institutionen oder versucht man es zu verdenken und möglichst einzudämmen. Zu sagen, da läuft was außer Kontrolle, wir tun alles, was wir können und das einzudämmen, ohne dass wir aufklären. Und mein Eindruck ist, dass in dieser Richtung sich eine Verselbstständigung ergeben hat, die der Sicherung der Institutionen vor der Aufdeckung geschuldet ist. Und dann haben sie das Problem, dass diese Gruppe ihnen außer Kontrolle gerät und mit ihnen die entsprechenden Verbindungsleute und mit ihnen Teile des Verfassungsschutzes, ohne dass es sicher ist, dass die leitenden Institutionen das wussten. Aber um das aufzudecken, wofür es immer mehr Indizien gibt, ohne das schon sicher zu wissen, brauchen sie eine systematische Aufklärung des eigenen Verhaltens der jeweiligen Institutionen, besonders des Bundesamts. Und was nicht verantwortlich ist, ist, dass das Bundesamt schweigt. Was erhoffen Sie sich denn von Zschäpe? Beate Zschäpe hat erkennbar die Taktik, dass sie so davon kommt. Einmal hat sie geglaubt, das geht durch Schweigen. Dann hat sie geglaubt, das geht durch Auflösen dieses Prozesses, indem sie das Vertrauen als zerstört interpretiert und beim nächsten dann auch und, und, und. Und das Dritte, noch bisher weniger Wahrscheinliche ist, dass sie umfassend aussagt. Wenn sie nur Teil aussagt, haben wir das Problem, dass sie was verschweigt. Geht sie den Weg der Aussagenden, dann ist sie verpflichtet, die ganze Wahrheit zu sagen. Und dann wird es in der Tat spannend. Das ist sozusagen im Grunde eine entscheidende neue Phase, wäre eine entscheidende neue Phase des gesamten Prozesses. Denn dann würde man sich darauf konzentrieren, was sie alles noch wusste. Und mit wem sie womöglich mit dem Sächsischen Innenministerium öfter verbunden war. Wie Indizien ja, Telefonindizien zeigen. Und mit wem sie womöglich noch kommuniziert hat. Sie war ja in einer frühen Phase sehr bereitwillig, der Polizei Auskunft zu geben. Das hat mir der Polizist erzählt, der sie interviewt hat. Also hat sie vielleicht auch anderen Auskunft gegeben. Und wie war es mit den Uwes? Waren sie auch mal erfasst? Von mir aus elektronisch oder sonst wie. Also dann käme sehr viel mehr raus. Deswegen ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass man doch möchte, dass Beate Zschäpe nicht aussagt. Wer ist Mann jetzt? Na ganz verschieden. Also natürlich womöglich auch die Rechtsextremen nicht. Oder womöglich auch die Verfassungsschützer nicht. Weil dann etwas erkennbar wird, was zu dem Skandalösen gehört. Womöglich auch die Leitung der LKAs, der Polizisten nicht. Weil man dann erkennt, was innerhalb der Ermittlungsbehörden falsch gemacht worden ist. Also insofern, ich habe seit früh dafür plädiert, dass es nur auch in ihrem Interesse ist, wenn sie alles sagt. Je eher, desto besser. Noch ist es nicht zu spät. Wenn also Beate Zschäpe aussagt. Und zwar umfassend. Weil das hat für sie einen entlastenden Zweck, soweit wir die Prozesse so kennen. Auch einen gefängnisverkürzenden Effekt. Diesseits einer Kronzeugenregelung. Und das hat natürlich für die Öffentlichkeit einen entlasten. Wir wissen mehr.